Sommer-Mixed-Meeting bei der Spielvereinigung Zeckang. Keine Hotschaft zwischen Arlangen und Forschheim. 24. Mixed-Meeting am Samstag, den 30. Juli 2016. Und hier geht es schon um den Gruppensieg in der Vorrunde. Im Hintergrund Linkshänder Yannick Welsch und Zuhführerin Unteraspach mit Partnerin Barclay Edmundsdorf. In den anderen Spielen haben sie keinen einzigen Satz verloren. Wenn ich es recht gesehen habe, jetzt das Einzel gegen Klaas, die eventuell verloren. Barclay Edmundsdorf hat sicher das Einzel gewonnen, sodass dieses Mixed über den Gruppensieg entscheiden muss. Aufschlag Daniel Klaas, Mitpartnerin. Er trägt wieder einmal das Trikot von Frau Naurach. Ich bin hier vorher auf dem Herzogen Naurach. Ich bin hier successor. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.